Woher kommt die Zahl 2 im Zähler des Integranten, der nach Anwendung der trigonometrischen Formel Sinus von x mal Cosinus von x ist gleich 1 halb mal Sinus von 2x entsteht? Um das zu verstehen, werden wir einen genaueren Blick auf die Zwischenschritte werfen und erinnern uns zuvor allerdings an die grundlegenden Rechenregeln für Brüche. Die hier benötigten Regeln lauten 1. a mal b geteilt durch c mal d ist gleich a geteilt durch c mal b geteilt durch d und 2. 1 geteilt durch 1 durch a ist gleich a. Brüche werden also durcheinander dividiert, indem man sie mit dem Kehrwert des Nenners multipliziert. Den Zähler können wir hier als ein Eintel interpretieren und ein Eintel geteilt durch 1 durch a ist dann gleich ein Eintel mal a geteilt durch 1, also gleich a. Starten wir also mit dem Ausdruck Integral von Cosinus von 2x geteilt durch Sinus von x mal Cosinus von x dx. Anwenden der trigonometrischen Formel oben im Nenner ergibt Integral von Cosinus von 2x geteilt durch 1 halb mal Sinus von 2x dx, was wir auch schreiben können als Integral von 1 mal Cosinus 2x geteilt durch 1 halb mal Sinus von 2x dx. Jetzt wählen wir in Formel 1 zur Bruchrechnung a gleich 1, b gleich Cosinus von 2x, c gleich 1 halb und d gleich Sinus von 2x und erhalten damit Integral von 1 geteilt durch 1 halb mal Cosinus von 2x geteilt durch Sinus von 2x dx. Auf den ersten Faktor, also auf 1 geteilt durch 1 halb, wenden wir jetzt Formel 2 mit a gleich 2 an und erhalten damit Integral von 2 mal Cosinus von 2x geteilt durch Sinus von 2x dx. Was wir auch wiederum schreiben können als Integral von 2 geteilt durch 1 mal Cosinus von 2x geteilt durch Sinus von 2x dx. Jetzt können wir wieder Formel 1 bemühen und diese diesmal mit a gleich 2, c gleich 1, b gleich Cosinus von 2x und d gleich Sinus von 2x von rechts nach links lesen und anwenden. Damit erhalten wir Integral von 2 mal Cosinus von 2x geteilt durch 1 mal Sinus von 2x dx. Und schließlich Integral von 2 mal Cosinus von 2x geteilt durch Sinus von 2x, denn 1 mal irgendwas schreibt man eigentlich nicht. Das heißt, die 1 können wir hier auch weglassen als Faktor. Und damit haben wir geklärt, wie die Zahl 2 im Zähler entsteht. Abschließend sei noch Folgendes erwähnt. Falls Sie sich unsicher sind, welche Umformung überhaupt durchgeführt werden darf, ob zum Beispiel die Umformung 1 geteilt durch 1 durch a gleich a dann probieren Sie einfach mit Zahlenwerten aus, ob die Formel, die Sie verwenden möchten, auch tatsächlich stimmt. Setzen wir zum Beispiel in die Formel 1 geteilt durch 1 durch a gleich a für a einmal die Zahl 2 ein, dann ergibt sich 1 geteilt durch 1 halb, ist gleich 1 geteilt durch 0,5, also 2, und für a gleich 2 scheint diese Formel zu stimmen. Das ist zwar noch kein Beweis, dass die Formel für alle reellen Zahlen gilt, es ist aber ein Indiz dafür, dass Ihnen weiterhilft. Falls Sie damit noch nicht zufrieden sind, dann recherchieren Sie nach der Formel oder zeigen Sie selbst deren allgemeine Gültigkeit, was natürlich viel Zeit kostet und sicherlich eine gute Übung ist, aber natürlich von der eigentlichen Aufgabenstellung hier etwas ablenkt.